Herzlich Willkommen zurück zu Air Conflict Pacific of Career, mein Name ist Glabur, wir haben The Big E Cabinet absolviert, da fehlt das Ende, ich weiß Leute, da fehlt ein ganz kleines Stückchen von dem Ende, hat er irgendwie nicht aufgenommen, ja ich kann natürlich jetzt hier nicht zurückspulen, das Spiel und sagen, ja wir müssen den Schuss nochmal machen, so leid es mir tut, er hat es wirklich nicht aufgenommen, wir machen natürlich jetzt hier weiter um natürlich fortzusetzen so, dann bin ich mal leise und planten unseren eigenen Hinterhalt die Enterprise sollte an der Seite der Yorktown und der Hornet gegen vier der japanischen Träger kämpfen, die Pearl Harbor angegriffen hatten mit Rache hatte das für uns nichts zu tun es ging ums Überleben das Schicksal der Lexington war uns allen noch präsent wir wussten, dass wir gegenüber dem Feind nicht an Trägerstärke verlieren durften die Enterprise durfte nicht verloren gehen die Mannschaft der Enterprise zuhören jawohl, wir hören zu die japanischen glauben, sie täuschten uns aber wir kennen ihre genauen Stärken wir können da nicht mithalten aber wir können bereit sein hier könnten, nein hier wird der Verlauf der Pazifikskrieg der Wendung nehmen endlich kriegen wir unsere Rache für Pearl Harbor Verteidiger von Minoermission jawola so, dürfen wir nur ein Flugzeug dürfen wir, oh, wir dürfen uns eins aussuchen da oben haben wir irgendwie Sterne hm, zwei, vier, fünf Sterne schon ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat hm ich glaube, wir nehmen die Spielschwierigkeit Pilot, wie die ganze Zeit Steuer, Schema, Auswahl, Maus, Arcade ich wollte das immer mal mit meinem Jetpad oder Controller etc. mal ausprobieren aber habe das dann noch gelassen so, ab geht's ich hoffe, dass ihr mich noch hört wir wussten, dass der Feind Midway ausschalten will das war nur eine Frage der Zeit aber machen wir sie so schwer wie möglich so, da kommen sie das sind Flak, ach, das sind unsere eigenen wieder weil das sind ja diese schwarzen Punkte so, Leute ab geht's lasst die Maschinen brummen alle reihen sich hinter uns ein wir sind die Führungskraft die kann ich gar nicht anvisieren die ballern da schon ab geht's boah, ihr macht hier Kamikaze Kamikaze kann nicht sein so ein alter den haben wir erwischt den auch runter mit dir jawohl jawohl den nächsten den nächsten die können ja gar nichts mehr Schub den nächsten ach, wir rotten die alle aus heute der nächste man merkt, ich spiele nicht nachts ich treffe der nächste umdrehen da kommen die nächsten 616 Schüsse haben wir noch das könnte reichen der down Kamikaze die rotten uns ja nur so aus weil sie nichts können mehr Schub die sind zu weit weg jawohl alle weg umdrehen wow Schluck Kaffee ist immer dafür drin dass ich schwarze Füße kriege naja, dann sehe ich nachher aus wie eine Nougat-Schnitte das lasse ich lieber so ab geht's die fangen mal Feuer ab ich glaube, dass das Flugplatz muss man den Flugplatz zerstören keine Ahnung ich höre mal, dass wir hier eher die Flugzeuge zerstören wollen boah aber wir müssen den Flugplatz beschützen gehe ich mal wirklich von aus weil es wird ja uns noch gar nichts anderes angezeigt angezeigt ups Entschuldigung ich wollte euch auch mal ein Lied erzählen falls man es gehört hat ey das ist doch unnormal die sind Kamikaze-Flieger wohnert mit dir hier geh baden du du stinkst den nächsten alle gehen baden so soll das sein zack ja diesmal nicht mein Freund ein Bogenshnucker dann will ich fast schon keine Flugzeuge mehr der nächste Downschub zurücknehmen noch langsamer Propeller komplett aus jetzt wieder ein bisschen Schub sonst kriegen wir Strömungsabriss und ja wohnert mit dir Mission erreicht beschütztes Flugplatz wir kämpfen wir laufen Gefahr abgeschnitten zu werden zurück zu Enterprise leichte Neuigkeiten die Flieger in Midway müssen allein kämpfen oi was für ein geiles Flugzeug ui jetzt aber hoch ja alter Leute die sind doch unnormal das kann doch nur ein Scherz sein hier den Schub zurücknehmen das war hinter denen wirklich bleiben haben wir schon Strömungsabriss gehabt jawoll ich bin gut sagt der du oder was ich bin hier der Held Macho eine kleine Runde so wieder drauf boah die werfen Bomben ab neiii kamikaze da kommen die nächsten wir müssen zurück zurück schneller wir müssen die abfangen boah die sind schon voll dicht über uns drüber mehr Schub boah sind das viele einer weniger oh man oh man oh man oh man oh man weniger Schub der hat nicht in die hier boah ziel abgeschossen zwei von zwei werde beschossen einer weniger jawoll jawoll nein die Muni ist leer nein die Muni ist leer aaaah gleich geht's weiter ja Eui, 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 eui. Weniger Schub. Wo ist der Totenarsch? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Action pur hier, ey. Er peilt ihn doch an. Looping. Keinen Looping, weil wir auf den Looping stehen. Du Dei, du Dei. Propos Looping, Achterbahnfahren, das ist das Gute. Oh, jetzt ist das heiß gelaufen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Jawohl, den haben wir auch. Ganz schön schon drauf rumgeballert haben sie auf der Basis. Auf dich wird gefeuert. Stürz ab. So, du hast kein Flügel mehr. Fahr nach Hause zu Mama, du Weißkocher. Lalalala. Lalalalalala. Ich finde ihn nicht. Ich habe einen auf dem Auge. Ich finde ihn nicht. Da ist er. Oh. Oh, keine Muni. Warum sagt ihr mir das denn nicht? Wir haben kein Flugzeug mehr. Nein. Och, Leute. Ladet doch die anderen Flugzeuge nach. Ja, werft ruhig die Bomben ab. Ach, ist das doch ärgerlich. Oh, ich werfe auf mein eigenes Gebiet eine Bombe. Ja, wenn ich den jetzt, dann habe ich kein Flugzeug mehr, dann haben wir die Mission nicht geschafft. Da sind so viele Flugzeuge in der Luft, den kann doch irgendeiner da runterholen. Einer noch. Looping zum Abschied. Ja, kommt. Man holt ihn doch da oben vom Himmel. Ich baller einfach zu viel rum. Ich muss mehr in Salben schießen. Da ist er. Ich habe auch keinen Heckmann, der da vielleicht drauf rumballern würde. Und die anderen sind irgendwie, zwei Stück haben wir noch über. Und die sind in Reparatur. Aber es geht natürlich gut los. Jetzt werden die hier die ganze Basis zerbomben. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass er so viel Bomben bei sich hat. Zumindest bekommen wir zur Zeit keinen Schaden. Ja, dann nehme ich mal in der Zeit einen Schuh Kaffee. Weil es so schön ist. Ja. Jetzt war ich auch so scheißen kalt. Also bei uns. Haha, da haben wir die Mission geschafft. Gute Neuigkeiten. Es ist Ihnen anscheinend gelungen, die Stellung zu halten. Dank des amerikanischen Mutes ist Midway noch in Betrieb. Mission erfüllt. Loll, wer schießt denn da auf uns? Oh, fortfahren. Fortfahren. Und die Schlacht von mir wird. Midway, Gentleman. Für uns ist dieser Außenposten eine wichtige Komponente in unserer Hawaii-Strategie. Besonders seit Pearl. Unsere Code-Knacker glauben, dass der Feind eine Finte in Richtung Midway plant, um unsere Streitkräfte rauszuziehen. Aber wir wissen genug, um den Spieß für die Japaner umzudrehen. Im Bereich der Träger stehen wir ihrem Flaggschiff gegenüber, der Akagi, sowie der Kaga, der Hiryu und der Soryu. Wir müssen ihre Stärke respektieren, nicht aber ihre Ziele. Sie sind in der Überzahl. Die Hornet und die Yorktown sind bei uns, aber die Yorktown ist schwer beschädigt. Also behalte sie im Auge. Es ist eine große Sache, Mann. Gehen wir da raus und zeigen wir, was die Crew der Enterprise drauf hat. Ja, was haben wir drauf? Die Hosen haben wir drauf.